Ich will den ganzen Weg zurückrennen. Ich will kein Taxi färben. Wow. Dann mach mal das halt so. 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 Jetzt kann ich endlich mal das hier öffnen. Gabs ein Credit. Einmal kostenlose geringe Erfahrung. Schwupp. Und fügt 10 zusätzliche Inventars dazu. 10, 20, 30, 40, 50. Hab ich momentan. Bis auf 60 kann man, glaube, gehen. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Ja, 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 ja. Ist lust deine Quest zu schwierig. Büsschen. Was machst du denn für einer? Helden 2 plus persönliche Herausforderung steht da nur ich weiß nicht ob persönliche Herausforderung das wirklich heißt sogar was musst du da genau machen Mandalorianer töten und was aus deren Dingern holen 8 Mandalorianer kann das sein und das habe ich schon das war die erste Quest ich gemacht hatte ja gut ich war hier halt noch nie ihr seid zurück und die Kammern der Alten sind hoffentlich versiegelt besonders die von Kelet-Uhr ich darf gar nicht daran denken was passieren würde wenn Kelet-Uhr mit seinen wahnsinnigen Ideen wieder auftauchte ich denke man sollte seine Geheimnisse untersuchen was was ist das wie konntet ihr ich will damit nichts zu tun haben zerstört es vergrabt es sperrt es weg ich rieche Angst ihr versteht das nicht im Lauf der Geschichte hat das Licht immer versucht die Dunkelheit zu zerstören der Imperator tat recht daran Kelet-Uhr für seine Ketzerei zu töten Friede, Gelassenheit, diese Worte unterdrücken die Emotionen die uns antreiben wäre es nicht klug von uns die Lehren des Feindes zu kennen nein das ist nicht ach so ja ich verstehe jetzt was ihr meint gut ich werde die Lehren von Kelet-Uhr studieren auf dass die Dunkelheit das Licht besiegen möge und jetzt geht bitte der Tempel ist gesichert und ich muss diese Lehren in meine Gemächer bringen und dort sicher verwahren hoffentlich was nehme ich denn? meins ist viel besser als ich ausgerüstet habe gleich geht's besser Erfahrungsänderung gratis spieler halten ab Stufe 20 langsame Erfahrung und Tapferkeitspunkte Erfahrungsreduzierung können mit Erfahrungsschubgegenständen von Kartellmarken ausgeglichen werden ja ja merkt man wieder mal Pay to Win spiel mhm aber man levelt immer noch nicht die einzige Macht die stärker ist als der Tempel hattet ihr Glück mit den Daten? das brauche ich nicht ihr habt es geschafft ich gestehe ich hatte nicht damit gerechnet was für eine Erleichterung jetzt brauchen wir keine Expeditionen mehr hinein zu schicken und Sklaven zu verschwenden die Denkmäler für das Imperium bauen sollten ich finde die Daten erfordern dass ihr mehr Expeditionen schickt ihr habt sie euch also angesehen? nun das ist nicht meine Entscheidung aber ich gebe eure Empfehlung an meine Vorgesetzten weiter mhm 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 das ist keine Empfehlung ich werde klar machen was ihr für uns getan habt das wird Eindruck machen mehr kann ich nicht versprechen lebt wohl und danke für die Daten man wird euren Dienst am Imperium nicht vergessen hoffentlich so jetzt ich weiß ja ob du es noch gehört hast aber ich habe gesagt man levelt recht gut also immer noch ja ich bin jetzt aktuell level 20 und ja wir beide ja zur Not habe ich ja immer noch Erfahrungsschuhe den ich nutzen könnte ja habe ich auch noch ich müde mich kurz wo können wir verkaufen wo können wir verkaufen da gibt es Post äh da benötigen Sie medizinische Hilfe äh nö ach komm ich kann es nicht verkaufen ernsthaft shit dann kommt das mit da runter legen Sie Pol äh äh alte Freunde und dann noch das gut dann werden wir jetzt äh Car City Expansionsdistrict mal reisen wir sind startklar ja Car City Expansionsdistrict gießen Sie Ihren Aufenthalt with Entspan malin 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 Da sind wir. Ja komm, genug langsamer. Das ist irgendwo dort. Wow. Wo ist er? Da ist er. Der darf nicht fehlen. Das ist mein Glücksbringer. Der Druidi. Im Vergleich zu Car City komme ich mir so unbedeutend vor. Hier wahrscheinlich nicht, tippe ich mal. Nö. Nö, ich nicht. Also kannst du sagen, was du willst. Also ich hier und so. Ich bin mächtig. Ach, da kommen die Druiden. Ja, ich bin sowieso grad am Kämpfen. Ja, ich nehme hier gerade. Ich bin hier in so einem Dörfchen. Hier sind ziemlich viele Lehmköste. Ich grade einfach alle an der Anleger. Was bedeutet, hier ist schon der Nächste. In einem Dörfchen. Okay. Äh, jetzt muss ich da runter. Das heißt, ich muss einmal hier... Ach du scheiße außenrum. Egal. Kriegt mal hin. Kriegt mal hin. So. Das, 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 das. Und dann einmal da durch. Ich... Wir kommen genau dahin, wo wir schon einmal waren. Schön. Wartet mal. In der... keine Ahnung, wie fehlt denn Aufnahme... Waren wir doch hier auch schon. Fettel, du bist da. Sehr schön. Ab geht da. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ja, der macht sich erstmal wieder schön unsichtbar, der Arsch. Welcher Arsch? Ach hier, bei irgendeinem Außenposten. Ach so, ein Spieler oder gar nicht? Nee. Irgendein Söldner Infiltrator. fahrstuhl also 1 2 wenn ich hier runterspringen bin ich tot das habe ich schon getestet will ich wissen wieso du sowas fest ist um schnell unten zu sein ich glaube die frage beantwortet beantwortet sich von ganz allein schon wieder schaden bekommen aber irgendwo in der umgebung von kar city gibt es eine anhöhe da ist ein holochron drauf also ein datapack an das kommst du nicht dran ich habe alles mögliche versuch mit uns legt sich besser niemand an ich habe noch gar nicht ausschau gehalten weil sie mit so riesig ist das laufen gar nicht ich habe es jetzt noch ehemal gefunden ich höre irgendwann drauf die hier sind die hier in der summen hier 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 Ich denke mal, dass ein Karst City noch eins oder zwei sein werden. Ich denke mal, dass ein Karst City ist. Achtung! Ich muss erstmal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Was muss ich jetzt hier drinnen machen, besiege Lord Taitonus, besiege die Berge und bring das Ding ins Bummens. Einmal da, einmal da, ok los rein hier. Was ist das? Ach du Heimatla... Was? Stimmt ja, die wartet da so stark. Fett Elvie, wärst du am Heilen? Fett Elvie wärst du am Heilen? Fett Elvie. Das zweite Mal, ernsthaft? Memen-Quest? Ja. Okay. Weil für eine Hauptquest wären die dann echt wahrscheinlich zu stark. Helden plus 2 Quest ist das. Weil ich muss noch ein Intro-Flashpoint machen. Die Hammerstadt und Reise zur Imperialen Flotte. Ach, du meinst Vaylen Korig. Den kenn ich schon, die Quest mit dem Besessenen. Auch schon. Da bin ich heute gespawnt. Haha. Geht's. Ah! Ja! Ja! Das ist das. Ja! 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 Ah! Oh, noch einer. Oh Gott, die sind alle down. Dann gehen wir gleich zu diesem Lord Dingsgedöns. Erfordert Stufe 21. Die Rüstung ist... Oh, die Rüstung ist besser als meiner. Oh, oh. Hä? Achso, das war das mit den Sluts. Na dann, Fette! Komm! Druidi! Egal. Dämliche, blöde Bissensröse! Hä? Entste, das war nicht. Ah, das war COVID-19. Oh. Oh. Die Rüstung sind... Der Rest. Oh. Wow. Oh. Oh. Das ist jetzt besser. Fette, heil mich! Wir werden niemals beweisen können, dass Lord Grattan hinter den Übertragungen gesteckt hat, die ihre Invasion ermöglicht haben, aber das ist nicht wichtig. Jeder von Rang und Namen kennt die Wahrheit. Ja. Grattan verliert bereits an Einfluss und Unterstützung. Gerade so geschafft, die Krücke zu bekämpfen, ey. Eine Frau, oder wie? Eine. Ey, die hat mich mehrfach bis auf, lass mich lügen, 300-400 XP runtergehauen. Die macht den Flächenangriff. Ich kann mich halt nicht unsichtbar machen, Darko. Kann ich während eines Kampfes auch nicht, Ike. Aber ich kann mich muten, weil ich reden muss. Also. Oh! 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 Soll ich jetzt Angst haben? Das ist für ein Gestöne! Sehr gut, ne? Oh, was war das Hübsches denn? Jetzt müssen wir erstmal wieder hoch zum Fahrstuhl kommen. Da gehts Gekämpfe natürlich weiter. Oh, da haben wir ja so viel Lust drauf. Hm, alles klar. Groß Einfluss. Soooool hier. Äh, hier, Fahrstuhl. Oh, wow. Oh, wow. Ich hab dir ein Geschenk gemacht. Das stand da außer Reichweite. Und jetzt das Geschenk verschwunden. Ah, der macht sich wieder unsichtbar. Und da kommt der Fahrstuhl. Der da ist Level 40. Alles klar. Ja. 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 Oh, 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 oh. Achttausend eineinwohren damit. Weil die Menschen hier nicht zusammenkriegen. Reise zur imperialen Flotte. Hä? Ich verstehe diese Quest einfach nicht. Achso, das ist das mit Darth Malak. Die Hauptquest wahrscheinlich, oder was? Nein, das ist doch mit Darth Malak. Das ist eine Nebenquest. Die werde ich jetzt auch erst mal in Angriff nehmen. Weil die Hauptquest mache ich ganz zum Schluss. Wurde ich mal gucken. Reise zur imperialen Flotte. Das heißt, ich... Siv allerheiligsten Tags. Ne, warte mal. Ich rauf erhaften muss ich. Wissen Sie Ihren Aufenthalt. Ja, ich sehe schon in Cars City gibt es Haufen Quests. Mhm. Ich fliege gerade einfach nur durch und ich sehe die ganzen Quest-Symbole. Die habe ich noch nicht angenommen. Weil ich dort nie gelandet bin. Naja, wenn ich jetzt die Nebenquests durch habe, muss ich ja eh nach Cars City rein. Also... Dann habe ich keine Nebenquests mehr. Hast du die alle im Teppel gemacht? Ich hatte da über vier Quests. Oder hat sie immer noch? Oh, ich hatte... Was hatte ich? Ich musste äh... Diesen komischen Trupp finden. Dir die drei Tore zu schweißen. Ja. Ähm... Die Runen. Den Typ zu besiegen. Mhm. Das waren alle vier, okay. Ja, hab ich alle. Äh... Was haben wir hier? Was haben wir hier? Gib mir was Neues. Schattenbrust... Schattenbrust... War... Das hatten wir schon. Hol den Sprengstoff hatten wir auch schon. Persönliche Herausforderungen. Lock a Crack hervor. Ja, die hatten wir alle schon. In den vorherigen Folgen. Dann ab zur imperialen Flotte. Äh... Hier bin ich falsch. Mittlerer Einfluss. Kein Einfluss. Kleiner... Kein Einfluss. Kleiner... Mittlerer... Kleiner... Was auch immer, dass der Miniatur Chemikalienumwandler... Nee... Kriegste nicht. Die Hammerstation. Das heißt, wir werden jetzt mal Drom und Cars verlassen. Wenn ich... In den richtigen Fahrstuhl kommen gehen würde. Das dann. Dann wird... Und die... Sie... Tja... Transitfähre... Da müssen wir hin. Man hör auf mich zu Scann! Du blöder Druide... Ich verlasse Dom und Kars Und Interflottentransport Reise zur Imperialen Flotte Dies ist eine Gruppenmisse Empfohlen für vier Spieler aufgeben Dann habe ich keine Nebenmissionen mehr Ich bin doch Dean City Ja, jetzt habe ich gerade nur eine Hauptmission Flug nach Dom und Kars Sprich mit Darth Baras In der Stadt Ja, habe ich noch keine einzige Mission angenommen Oder nimm doch einfach mal Ein paar auf der Raubenflottenstation an Da sind ja auch fünf bis zehn Kars Mission Ja, habe ich doch Hast du die auch alle in der Rolle? Die sind alles schon erledigt Das sind ja auch die, die dir hier unten An diesen Terminals Auf Drum und Kars Bekommst Die, die mir noch offen sind Sind solche Sachen wie alte Freunde Also Ja, das sind wiederholende Quests Ja, die hatte ich aber noch nie gemacht Ja, aber die kriegst du oben Auf der Raumstation Die kriegst du aber auch hier unten an den Terminals in Kars City Oder hier an der Landeplattform Das sind einfach nur wiederholende Quests Und die habe ich alle durch Du hast 20 selber schon besiegt Zum Beispiel Ja, und du auch die 35 Sklaven In dieser Ehenhöhle Alles durch Alles auf Video Äh, stopp mal Ich lauf nicht den Weg Vergiss es Das ist mir zu blöd Wir sind startklar Kars City Abmarsch